Der heutige Abend steht ganz im Zeichen exzellenter Leistung in unserer Branche. Mit dem Brillux Design Award möchten wir den Besten der Besten die Anerkennung und Wertschätzung geben, die sie verdienen. Wir hatten dieses Jahr über 500 Einreichungen. Das ist sensationell. Es ist unglaublich, mit welchem Erfolg dieser Wettbewerb sich präsentiert. Es ist das ganze Spektrum des Bauens und des Gestaltens, der Umgang mit Materialität, mit Farbe, mit Architektur, Gestaltung insgesamt. Der wirtschaftliche und gesellschaftliche Nutzen des Handwerks, des Malerhandwerks, kann gar nicht hoch genug eingeschätzt werden. Herzlichen Glückwunsch! Herzlichen Glückwunsch! Herzlichen Dank an das an diesem Film über Ferien Gatorges journaldemnium